Am kommenden 26. Mai finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt in einer wichtigen Zeit für Europa, aber auch für Deutschland. Es ist bedeutsam, dass wir uns um das Allgemeinwohl kümmern und das heißt für die Gemeinschaft aller, die in Europa zum Wohl der Menschen, nicht nur die hier leben, sondern auch dem europäischen Zusammenhang über die Grenzen der Europäischen Union zu uns gehören und mit denen wir zusammenarbeiten, wichtige Themen nach vorne zu bringen. Es bedeutet, sich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Es bedeutet, Solidarität zu üben in den großen Fragen, die uns in der Migration und in den Fragen, wie gehen wir mit den Armen um, beschäftigen, Wege finden, die nach vorne führen. Ich plädiere sehr dafür und lade alle ein, zur Wahl zu gehen. Es ist eine wichtige Wahl, eine Wahl, die zeigt, Wir können das Gute in Deutschland nur bewirken mit Europa zusammen und wir bewirken in Europa viel, wenn wir Deutschen uns einsetzen. Herzliche Einladung zur Wahl. Gleichzeitig ist es für mich als Bischof wichtig, darauf hinzuweisen, wir können auf diese Weise unsere eigenen Werte, die sich dem Evangelium, der langen Tradition der Kirche in Europa verdanken, gemeinsam nach vorne bringen. Was gäbe es Besseres? Und auch in dieser Rücksicht Gottes Segen für alle, die zur Wahl gehen, aber auch vor allen Dingen Gottes Segen für die, die sich zur Wahl stellen und Verantwortung übernehmen werden. Er ist das, das wir wünschen. Sie haben nur die Menschen, die wir clan ein paar Minuten und Wochenende Segen für die Musik von der Kirche in Berlin Banksyachen